Geradeaus durch, etwas weit, nein, nein. Ah ja, okay, die Snipern. Ja, ich hab auch eine. Probieren zu treffen. Ja, er sieht uns, oder? Er guckt mich an, oder? Er schießt, oder was hast du das? Hast du ihn geschossen? Er schießt, er hat mich getroffen! Jo, meine Kartoffelfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Battle mit dem guten... Tobra! Tobra! Ihr seid jetzt hier auch gleichzeitig im Vlog. Oh nein! Hier unten steht nämlich gerade die Kamera. Äh, ich heb's jetzt nicht mehr auf, weil sonst kann ich ja nicht laufen. Äh, das war's übrigens für den Vlog-Part. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie mein, äh, wie das aufgebaut ist, wenn ich aufnehme, ne? Und, äh, ich würd sagen, bis später. Tschüss. So, gut. Pass. Wusstest du, das, es geht noch gar nicht los, es geht doch erst los, wenn Dom so los ist. Achso, er schreibt schon, okay. Hat er doch. Ja, ne, ich dachte, ich hab's, ich dachte, das ist einfach losgelaufen. Er hat doch okay, go geschrieben. Alles cool, Digga, alles cool. So, wir gehen jetzt Richtung, äh, Last Death, weil da ist der Spawn, okay? Ja. Kannst du mal kurz auf mich aufpassen? Kannst du die Einstellung mal außerhalb des Spiels vielleicht irgendwie treffen? Nö, ich find das cooler, wenn ich das im Spiel mach, ne? Ich find das cooler, wenn ich das im Spiel mach, ich bin Topra, ich bin homosexuell. Nicht, dass ich was gegen Schwule habe, ich glaub, ich weiß, einige von euch werden das wieder falsch verstehen. Ich geh jetzt mal hoch auf 120 FPS, mal gucken, ob's dann besser läuft, ne? Oh, das sieht ja schon mal um einiges. Äh, ich bin weitergelaufen, ne, wo bist du? Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal lecker aus, ne? Alex, ich bin hinter dem Berg, du musst über den Berg gehen. Ja, ne, ne, ich seh den Namen schon, wenn das gehört. So. Also, was machen wir heute? Wir suchen immer noch Team... Äh, wir suchen immer noch Team, äh, Team... ...Fextdom. Ne, Gegner Team 1. ...Fextdom. Wir suchen Team Fixdom. Ja, okay, komm jetzt hier runter, Mann! Ach du Heslon, Alter. Also vielleicht... Alex, ich weiß, was wir machen. Bam, 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 bam... Alex, 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 hör mal kurz auf bitte. Äh, wir machen das jetzt so... ...baust, hilf mir mal kurz, den Baum abzubauen, bitte. Und sneak dabei. Hilf mir einfach. Dominic und, äh, Fix haben keine, äh, haben Pferde. So. Das Ding ist, durch die Pferde können sie nicht ins Wasser. Das heißt, wenn sie, wenn wir ins Wasser gehen, müssen sie die Pferde, Pferde absetzen. Deswegen wäre es am schlauesten, wenn wir die aus dem Wasser angreifen. Weißt du, was ich meine? Ja, er sagt zu mir Sneaken, aber er sneakt nicht, ne? Alter, ich treffe diese Scheiße nicht, Alter. Ja, eins für dich. Weil da auf einmal so ein Sampling runterkam. Gut, komm mit. Ich habe beide Boote hier. Ja, gib mir eins. Ja, ich habe dir eins hingeworfen. Danke. So, ich gucke mal kurz auf der Map. Ja, perfekt. Der Fluss zieht sich durch die ganze Landschaft. Ultrageil, du darfst. Ja, das Problem ist aber, glaube ich, wenn wir jetzt mit dem Boot fahren, dass es dann wieder kaputt geht, ne? Sobald wir an die Ecke kommen. Ja, du darfst einfach nicht ans... Einfach Rechtsklick ins Wasser, oder? Ja, genau. Dann Rechtsklick auf das Ding. Und dann mit W schwimmst du geradeaus. Okay. Und mit links und rechts lenkst du. Du lenkst auch, wenn du so ein bisschen nach vorne drückst, aber nicht so scharf. So. Und wir bleiben jetzt auf dem Wasser. Nirgendwo gegenschwimmen. Weil das könnte fatal enden. Oh, Mann. Sag du gerade noch so, weißt du? Fass mal kurz auf mich auf. Alter, Digga. Hä, lol? Oh, nein, 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 nein. Ey, weißt du, was gerade... Ich habe doch ein Boot gemacht, ne? Scheißvieh, verpiss dich! Digga! Ey, Brudi, ich habe doch eben gerade ein Boot gemacht, ne? Mit dem hellen Holz, ne? Ja. Wenn du das Boot kaputt machst, kriegst du da Oakwood raus. Okay, lol. Bist du denn noch auf dem Boot? Ja. Ja, ich bin noch da. Also auch nicht gegen die Viecher fahren, ne? Mann! Bumm! Du Missgeburt. Aber ich glaube bei mir wird es auch nicht mehr lang heben, also die schwimmen hier relativ nah bei mir. Verpiss dich! Das Ding ist einfach gegen ein Boot geschwommen! So jetzt komm rüber, yes, jetzt schnell! Wenn du S drückst, sammle die Dinger ein, und behalte die Sticks, du musst S drücken, dann drehst du um, und so kannst du übrigens auf der Stelle wenden. Hier, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, aber ich hab doch, ich hab doch jetzt gar nichts um ein Boot zu machen. Doch, warte hier. Hab ich's jetzt aufgenommen? Ne. Ah, jetzt. Jetzt hast du's. So, Boot war, wie nochmal? Ähm, unten, Mitte und dann nach links und rechts so ein Winkel. Aber nur bis zur Mitte. Okay, jetzt hab ich ne Schale gemacht. Naja, du musst die Ecken auch noch machen. Wie gesagt, ein Winkel. Also, du machst Mitte links, Mitte rechts, Mitte unten und dann die beiden Kanten unten. Und dann hast du's. Mitte links, Mitte rechts. Mitte unten. Ja. Und dann links und rechts in den Ecken unten. Ja gut, dazu brauch ich aber fünf. Dazu brauch ich aber fünf, Digga. Ja, warte, hier sind fünf. Ich dachte mir doch. Du hast sie noch nicht, du hast sie noch nicht, du hast sie noch nicht. Dein Inventar ist wahrscheinlich voll. Ne, das Holz muss ja trotzdem drüber gehen. Mann, du solltest dich mal langsam beeilen, Digga. Ja, was soll ich denn machen? Na komm! Wenn du zu blöd bist, mir das Zeug zu geben. Digga, gib Gas! Ich baue schon mal ab, ne? Ja, mach das. Hast du? Ach, ich kann's nicht, das dauert zu lang. Musst du machen. Wieso? Digga, dein Boot. Was ist damit? Ah, mein Boot! Ja, egal. Hast du das Ding? Ja. Ne. Okay. Ja, jetzt hab ich's. Ja, gut, dann komm. Komm, Alter, wir lassen es mit den scheiß Booten. Wenn wir sie sehen, gehen wir auf Wasser. Ja, gut. Hast du alles Wichtige in der Schnellleiste? Ey, übrigens, die Hälfte der Folge war richtig awesome gerade. Ich hab Schwert, Boot, Bogen, Enderperlen, Essen, Granate, Waffen. Perfekt. Wenn ich richtig mitgezählt hab, hast du nur zwei Waffen. Mhm. Also ich hab Granate und zwei Waffen. Du musst übrigens, ich hab gesehen, du springst nicht, wenn du läufst. Du musst aber springen, wenn du läufst. Dann sind wir jetzt viel schneller unterwegs. Mach ich doch was? Ja. Wahrscheinlich jetzt schon wieder hin, die Mee. Die Mee. Lass mal von hier oben runter gucken. Pass auf, hinter dir ist ein Zombie. Irgendwo. Da ist mir eben einer entgegen gekommen. Pass auf, dass der dich nicht darunter hat. Ja, das war ja nicht so lässig, ne? Hey, deckst du mir kurz den Rücken? Ja. Ich schau mal, wie weit wir Dominik sehen. Ich decke ihn in den Rücken. Aber bitte nicht reinschieben. Hehehehe. Okay, gut, komm. Hey, hör auf damit! Wir gehen Richtung Spawn weiter hin. Schau bitte. Da kommen wir doch her. Nein, wir waren doch eben bei der Base von Tom und Maxle. Und dann haben wir doch... Ach genau, wir wollten beim Sumpfbi oben oben lang, ja? Das hat ja gut funktioniert. Egal, komm, wir laufen jetzt weiter, komm. Was ist das da oben? Da sind ganz viele Fackeln oder Lavaseen oben. Egal. Wenn du M drückst und nach oben ziehst... Achso, ja, ich seh's. Dann siehst du da oben so ein ganzes Sternenhimmelbad. Ja, egal, komm. Weiter geht's, Achtung. Einfach dran vorbei renn, Bruder. Oh, lass mal hier runter. Obwohl, nein, da finden wir eh nichts Gutes. Hinter dir... Junge, bist du eigentlich irgendwie geisterkranker oder so? Ja. Weißt du, ich töte den. Und du rennst einfach vor das Dier-Messer? Ob du bewundert bist? Ja, Digga. Ja, Digga, Match, Match. Zwei Creeper. Wohohohohohoho. Kannst du die... Nimm mal die Spinn, nimm mal die Spinn, nimm mal die Spinn! Sorry. Habe noch einen. Noch mehr Gunpowder. Hab noch einen. Der hat nichts gedroppt. Okay. Ja, Mann, du musst zwei Hits machen! Zwei! Und schaffst es nicht. Okay, lass weiter gehen. Ich habe mit dem Eisenschwert, nicht mit der Dier. Achso, okay. Ja, Dier geht eh nie kaputt. Komm, jetzt renn, renn weiter. Und wir rennen gerade zu unseren Hundewis. Okay. Die sind ja eh nicht mehr da. Ja, ja, ich weiß. Wir haben auch keine Knöchelis mehr. Ja, ja, ja. Oh, ja. Aber ich will auf den Berg hier. Mann, Tokarino. Machen wir mal. Logisch. Laufen wir nicht hin da her. Ich bau mich hier nämlich hoch. So, ich bin oben. Ich muss ganz kurz das Skelett hier umnieten. So, das Skelett ist weg, ja. Ich bin nicht oben, ne? Ja, ich hab hier ist unsere... Hier ist... Hä? Achso. Hier ist das Dorf. Ich bin oben. Gudi. Halt aufschauen. Du kannst mit... Hast du Optifine drin? Ja, ne? Ja. Drück Steuerung, dann kannst du zoomen. Nein, das ist nicht bei mir. Oh, dann hast du da... Ich weiß, wie Optifine bei mir funktioniert. Zoom einfach! Ja, mach ich doch. Es kann doch nicht sein, dass wir die Eure holen. Sind wir schon richtig in dem Dorf da? Wir? Ja. Oh, oh. Was denn? Da willst du nicht runter. Okay, glaube dir mal. Hütte ihn. So. Komm, komm schnell hinterher. Schnell hinterher. Ich hab für dich hier ein Pfeil. Oder ein paar Pfeile. Ich glaub ich hatte eben noch ein paar mehr. Schön gemacht, Dicker. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wo kommt die Crafting Box her? Von dir? Nein. Okay, gut. Okay, gut. Cool ist nicht gut. Lass das. Und wenn ihr eure Arme nicht mehr merkt, dann seid ihr zu weit gegangen. Ja. Definitiv. Ist alles okay bei dir? Ja, warum? Warte mal. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Wo? Hier in die Richtung. Okay. Ich hab was, ich hab was, ich hab was, komm mit. Was denn? Was denn? Komm einfach mit. Ja, aber sag mir doch was. Da ist ein gigantischer Turm. Ich weiß nicht, das sieht aus wie eine riesige Aussichtsplattform. Komm mit. Ja, ich hab noch schnell was gegessen. Jetzt sollten wir hammer fucking vorsichtig sein. Wenn das Doms' Basis ist, dann sind die hier locker irgendwo in der Nähe. Siehst du gerade aus, dieses komische Ding, was aussieht wie eine Antenne? Ich seh sie! Was? Sie gucken uns an. Sie haben uns gesehen. Geradeaus durch. Geradeaus durch. Linke Seite. Da siehst du einen mit verzauerter Rüstung. Wo? Geradeaus durch. Etwas weiter. Nein. Ah, ja. Okay, die Snipern. Ja. Ich hab auch eine. Probieren zu treffen. Ja. Er sieht uns, oder? Er guckt mich an, oder? Er schießt. Oder warst du das? Hast du geschossen? Er schießt. Er hat mich getroffen. Ja, ich sag doch, der schießt. Oh Gott. Was machen wir hier, Bruder? Fuck, Digga. Ich will nicht. Ich will nicht sterben. Wir müssen, Digga. Wir müssen. Probier. Probier jetzt zu Snipern. Alter, ist das laut. Ey. Pass. Das ist nur einer. Das ist nur einer. Guck weiter. Guck rum. Guck, ob du was siehst. Ja. Aber ich merk grad, ich hab noch das Playerradar. Oh Gott, shit. Kannst du mir mal kurz Deckung geben? Junge, nein. Okay, dann darf ich jetzt nicht mal auf die Minimap gucken, weil ich merk gerade eben erst, weil ich die ganze Zeit nicht auf die Minimap geguckt hab, dass da die Dinger Spieler noch an sind. Ey, du kannst jetzt nicht. Du kannst jetzt nicht. Wenn wir nur einen sehen, kannst du... Scheiße. Fuck, Mann. Okay, ich hab die Minimap ausgemacht. Oh fuck, Mann. Ich treff ihn nicht auf die Distanz. Komm mit. Wir drehen um. Okay. Wir rennen durchs Sumpfbiom Richtung. Wir rennen außen rum. Und dadurch, und von da aus rennen wir dann auf die Plattform. Okay? Ich hoffe, er hat nicht gesehen, wie du runter gegangen bist. Ich bin extra in die andere Richtung runter gelaufen. Deine Ahnung. Ey, wenn Domsen hier irgendwo ist, ne? Scheiße, ne? Obwohl, zwei gegen einen, das sollten wir natürlich ausnutzen. Sollten wir, aber vielleicht ist da hinten ja noch einer weiter hinten, weißt du? Den siehst du noch nicht wegen der... Ja. Also ich hab nur noch einen Sniper, äh, einen Sniper Schuss. Ich hätte nur einmal schießen dürfen. Mhm. Das ist deren Basis, Digga. Beim Dorf. Das ist ja voll bei uns in der Nähe, Mann. So. Deswegen war da auch die Crafting Box. Hast du bitte meine rechte Seite? Ich guck... Ich seh ihn. Ich seh nur einen. Okay. Da haben Schilder raus. Nein, nein, nein. Ich seh seine Rüstung auf die Distanz. Er ist weg. Ja. Warte ganz kurz. Warte ganz kurz. Option. Video Settings. Ich hab mal die, äh, Render Distance auf 20 gestellt. Dann seh ich die besser. Ja. Boah, ist das spannend, Alter. Digga, ich glaub hinterm Turm... Ich weiß es nicht, Mann. Ey, wollen wir auf den Turm zugehen? Ich weiß es nicht, Digga. Wir haben so viel. Wir können das nicht verlieren, Digga. Bitte durchgängig sneaken. Weil Dominic ist so ein Sneak-Paranoide. Ich seh niemanden, Digga. Die haben sich wahrscheinlich... Das ist wahrscheinlich keine gar nicht deren Basis. Das ist ein Aussichtsturm für die. Weißt du? Wahrscheinlich, ja. Aber die waren noch nicht da drauf grad. Ne, aber sie sind wahrscheinlich grad wieder runter gegangen. Die haben sich hoch gebaut und dann... Ach, keine Ahnung. Aber die kommen jetzt auch so von der Seite, Alter. Das wär richtig mies, ne? Ich seh sie nicht. Digga. Was machen Sachen? Wartest du da? Rückst du mir... Rückst du mir den Decken? Den Decken, ja? Decke dir den Rücken, ja. Komm halt hinter dir hoch. Da ist ein Lava-Bad. Das ist künstlich gemacht. Okay. Du guckst, ne? Ich guck rum. Du guckst bitte auf nahe Distanzen, ob du Gegner siehst. Jo. Ich bin unten. Ich bin runter gesprungen. Okay. Äh, hier ist nur ein Baum-Satling. Und ein Stück Holz kann man vielleicht noch verbrauchen. Ah, fuck. Ich hätte den Scheiß verschaut... Die Scheißverscheid, dass ich jetzt... Alter, wenn wir jetzt sterben, ich hab das ganze Gold dabei, Mann. Ja, aber das wollten wir doch so machen, weil wir... Äh, Apfel gesucht haben. Stimmt, ja. Stimmt. Hab's vergessen. Oh, Bruder. Was machen wir? Digga, wir haben uns grad eh verloren, deswegen... Die Folge müsste zu Ende sein, ja. Gut. Leute. Dann noch mal Ruhe zu dieser, äh... Ja. Wir beruhigen uns jetzt noch mal kurz und ich denk mal dann... wird's weitergehen, Leute, ne? Bis dahin. Also... Schau bei den anderen rein. Bewertung abgeben. Bewertung hoch, runter. Kommentieren. Nicht spoilern, aber kommentieren, ne? Und dann... Tschüss. 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 Vielen Dank.